Herbert Brachmeier arbeitet seit 18 Jahren in der Gärtnerei. Ohne Pause! Er ist der Marathon-Mann des Wirtschaftswunders 3.0. Herr Brachmeier, wir wollen Sie gar nicht lange bei der Arbeit stören. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich lese ihm gerade am Wirtschaftsteil vor. Wen? Am Rolf. Der Rolf ist eine deutsche Eiche im ersten Lehrjahr und ich begleite ihn rund um die Uhr als Ausbilder. Der Rolf interessiert sich für Wirtschaft. Bäume, die Zeitungen mögen leiden, später weniger darunter zu Papier verarbeitet zu werden. Herr Brachmeier, Sie arbeiten seit 18 Jahren ohne ein Stückchen Freizeit. Wie halten Sie das aus? Das hat natürlich schon sehr viel mit Willenskraft zu tun. Ja, aber Sie haben ja 18 Jahre lang nicht geschlafen. Dafür schauen Sie sehr vital aus. Wie alt sind Sie? 33. Toll. Und machen Sie noch etwas nebenher? Nein, warum denn? Ich habe jetzt an Rolf seit elf Monaten in Rundumbetreuung und davor war ich 13 Jahre eigenverantwortlich in der Wachstumsförderung für eine Blaufichtentanne tätig. Ja, das klingt sehr anspruchsvoll. Können wir die mal sehen? Nein, da haben wir nach 13 Jahren festgestellt, dass wir den Tannenzapfen leider verkehrt rum eingetopft haben. Und mir waren Sie auch bloß so schüchtern. Ja, Sie haben also 13 Jahre lang auf einen Topf mit Erde geschaut. Haben Sie denn mal was mit ihm unternommen? Ja, da waren wir schon mal in Urlaub. Also Dienstreise nach Kanada zur Motivation in Mischwäldern. Ja, bevor wir uns jetzt hier verplappern, Herr Breutmaar, Sie haben ja auch einen Kollegen, der dieselbe Idee gehabt hat. Können wir den mal sprechen? Der Bäder. Der Bäder hat einen Arbeitsunfall gehabt. Arbeitsunfall? Ja, dem ist eine Buche in die Nase gewachsen. Nein, 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 der hat einen Bambus betreut. Und der Bambus wächst ja 1,20 Meter am Tag. Nach sechs Stunden hat der Bäder einen Burnout gehabt. Ich sag, natürlich, wir arbeiten hier wie die Tiere, aber es hat alle seine Grenzen. Wir haben noch die erste Stunde. Wir sind das schon wieder eine Brille. Wir haben einen Einzelnen, das großartige Stoin, oder? Wir wollen das nie. Wir wollen die erste Stunde.